Leute, lass mal hier landen, nicht auf diese Schwerseite, komm. Du, ne, kein Schöpfer. Einfach, einfach, kann ich jetzt ausgehen. Armin, mach dir Socken, mach dir schlafen. Niklea, sei leise, du. Niklea, sollst du die Haare schreiben? Ja. Wann? Wenn du Zeit hast. Was? Wenn du Zeit hast. Ich hab Zeit, aber wann soll ich zu dir kommen? Wann soll ich dir die Haare schreiben? Ich auch noch gerne. Das entscheidet mein Vater. Ich würde lieber sagen, wenn die Ferien endet, weil wenn du jetzt machst, es wächst schnell. Weißt du? Nein, das Haare sind schon perfekt zum Schreiben. Sagt dein Vater, Hamza soll mir die Haare schreiben, und dein Vater sagt dann, ja, hol den her, und dann sagt er mir wann, und dann kann ich dir die Haare schreiben. Nein. Ja, okay. Aber es macht erst dein Vater, aber ich schlau ihn nicht ab. Nein. Auf sein Kopf war Munitionküste. Auf sein Kopf war Munitionküste. Ja, 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 warte, warte. Munitionküste, auf sein Kopf. Oh, jetzt kommen wir umgegangen. Geh rein, geh rein! Schnell, mach mal den Film! Geh, da, geh da! Da kommen jetzt Waffen, da kommen jetzt legendäre Waffen. Hä, oh, 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 oh. Ich glaube, dass wird da jemand schon geroutet. Ja. Ja, ich hab's abgezogen. du hast einfach dass ein grau genommen da gibt es da einen blau kommen da kommt die gleiche waffe und blau wenn das nicht das gleiche Ich kenne nur besser, ha? Nein, kuck, kuck! Nein, bitte rede nicht. Du kennst die gar nicht, die ist von der Taus. Ich bin noch kein Fortnite für dich. Ich auch nicht, aber ich kann nicht fassen. Ich bin Fortnite. Ich bin die des Jahres gewonnen, du. Das ist wie für Ramadan, Bruder. Was? Das ist wie für Ramadan. Was ist für Ramadan? Was meinst du? Komm her, her, her. Die haben mich geschmeckt. Warte mal, Bruder, ich komme. Zeig. Bei mir ist die Pumole jetzt. Wir haben sie ja gesagt. Wo ist die Pumole? Bruder, Bruder, wo ist die Pumole, Bruder? Ich hab leider gesagt. Bruder, wo ist die Pumole, Bruder? Wo bist du? Oh, es ging fast an. Weißt du, diese blaue Markierung? Ja. Was ist ich da? Wo ist die Pumole? Hier, Bruder. Hier, wo ist die Pumole. Sofort. Sofort. Na, ich hab's kaputt gemacht. Ah, da ist noch ein. Zeig. Ja. Eigentlich war da ein ganzes Tag rumwind von mit Ramadan und so. Aber ich hab grad zerstört, Bruder. Wie gottlos du bist, ja. Die machen das und das. Ich hab in der Pflege. Und ich hab in der Pflege. Ich hab irgendwo an meinem Schwert liegen gelacht. Ich hab in der Pflege. Ich hab irgendwo an meinem Schwert liegen gelacht. Und bei uns? Er hat ja auch mein Schwert gesehen auch, Papa. Ich habe das Gefühl, dass ich das Gefühl habe. Ich habe das Gefühl, dass ich das Gefühl habe. Ich habe das Gefühl, dass ich das Gefühl habe. Ich habe das Gefühl, dass ich das Gefühl habe. Ich habe das Gefühl, dass ich das Gefühl habe. Ich habe das Gefühl, dass ich das Gefühl habe. Ich habe das Gefühl, dass ich das Gefühl habe. Ich habe das Gefühl, dass ich das Gefühl habe. Ich habe das Gefühl, dass ich das Gefühl habe. Ich habe das Gefühl, dass ich das Gefühl habe. Ich habe das Gefühl, dass ich das Gefühl habe. Ich habe das Gefühl, dass ich das Gefühl habe. Ich habe das Gefühl, dass ich das Gefühl habe. Ich habe das Gefühl, dass ich das Gefühl habe. Ich bin auf der Strecke hier. Hallo Leute Hallo Hallo Bis zum nächsten Mal Bruder haben sie die Chance für so ein Epic Games so sehr Die manipulieren einfach Leute Die haben Kapitel 3 raus gebracht Bruder, die haben das so schnell beendet Weil keiner das gespielt hat, die haben direkt neue Kapitel rausgebracht, das ist so dumm von dir Nicht Epic Games, sondern Sparkle Ja, aber es ist ja von Epic Games, also das macht alles Epic Games Das macht alles den Namen von Epic Oder? Der Ninja hat alles schon vorher erfahren, aber er hat so, nein, er will so offen und alles miterleben, Digga Was meinst du? Der Ninja wurde daraus angeboten, von Epic Games zu erfahren, was die Geschichte sein wird und das verwende Ja? Und er macht nicht, nein Wieso denn, wieso denn? Er will alles mitnehmen Machst du? Der Ninja war der erste, der sofort einen Brüben gemacht hat, Bruder Einer Der Ninja hat vorher gemacht, Bruder Hast du das Video nicht gesehen? Ja, Bruder Er hat da noch die Tricks und so Er war immer dieser, so stark als ein Spieler so Aber mit schweren Tricks, da kam Tifu, Bruder mit Edel Ja Bruder, hast du das Video nicht gesehen? Bruder, hast du das Video nicht gesehen von Epic Games? Obwohl sie sich bedankt haben, dass 20.000 Leute seine Spiele spielen, da war auch ein Ninja dabei Ja Ja Jetzt, dann wird das das meiste gespielt, ist das Spiel Wala, ey Bruder, guck mal, ich sag dir, guck mal, Bruder Hamza, du kannst sagen, was du willst, Bruder, guck mal GTA war schon krass, Call of Duty war auch krass, Bruder Aber niemals willst du etwas Fortnite Prime übertreffen, Bruder Ich hab, guck mal, ich hab Fortnite Prime im Spiel, Bruder Als Fortnite Prime war, ne, ich hab alle gefragt, was ist besser, Call of Duty ist besser auf GTA 5 Alle haben gesagt, scheiß drauf auf die, Bruder, Fortnite ist das Beste Glaubt mir, Season 1 bis Season Bruder, Season 1 bis Season 5 war geil, ab Season 5, Bruder, es wurde schwul Nein, bruder, die meisten Leute haben aufgehört Nein, bruder, die meisten Leute haben aufgehört, und dann wurde das Spiel halt anders Ja, aber bruder, die meisten Leute haben ab Season 7 aufgehört, weil es gar nicht mehr gebockt hat Season 10 war am schlimmsten, Bruder, oh mein Gott, was war Season 10, Bruder Ab nach Season 10, Bruder, haben die angefangen, Bot reinzumachen im Spiel, das hat gar nicht gebockt Du musst niemals hacken, du Jungs, ich bin mit Partner Ey, du weißt schon, Fortnite hatte mehr Spiele in Kapitel 2 als Kapitel 1, weißt du das? Oha Was, Digga? Ey, Spiegel, 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 Spiegel Lama ist da, hast du ihn umgebracht. Was hast du da dabei? Ist das ein Schild? Was ist das? Oh mein Gott, gib mal diese Waffe her. 6,13? Ja, danke Habibi. Ich küsse ein Yaro. Wo sind hier zwei Amas? Statt Eiern, nimm doch lieber Biggisch. Mach'n Schauber, ich hab' mal geguckt. 4, 5, 6, ja, da kann man 6 nehmen. Hey, jemand kommt, jemand kommt. Ja, ein Gegner schon. Der regt mich auf, ich springe jetzt. Lass mich selber, der gehört mir, Bruder, bitte. Der gehört mir, der gehört mir, Bruder, bitte. Hat mir das Schaden weggemacht. Hat mein Leben weggemacht. Ich hab' Schlüssel, Leute, ich hab' Schlüssel, Leute, ich hab' Schlüssel. Dann bist du tot, ne? Jetzt kommt deine ganze Familie. Ey, deine ganze Familie ist hinter mir her. Hey, wer will das? Nein, 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 dadurch kriegst du kein Falsch an. Doch. Bau dich mal hoch. Was, wenn doch? Nein, wenn doch, dann lass mich schauen. Ja, reicht jetzt. Ja, Koko, du kriegst weniger Falsch an. Und deine Fresse. Und wenn du auf einmal sagst, du bekommst gar nicht Falsch an. Weniger Falsch an. Und deine Fresse, bitte. Hörst mich ab Sauna genommen. Ja, ich hau dich, ne? Mit deinem Lied, Bruder. Ah, wenn's irgendwo steht, das platzt. Das platzt nochmal. Schieß mal auf Baum, schieß mal auf Baum. Schieß mal auf Baum, guck. Egal, Bruder, bitte. Bitte gut, Bruder. Dein Wiemann. Ok. Ja, ich bin. Und jetzt. Nee, ich bin. Jetzt. Dabla. Dabla, was ich hinzufinden? Nein. Dabla, was ich hier 투igert? Ja, ich bin. Nachdenken, dass ich hier. In der 5, ne? Jangan. Verst du hier. Ich schreibe dich zu lassen, ich bin ein Tick-Ticker. Bruder, es hat gelohnt bei mir, die haben mich geholt, dann überleg mich doch, Alter. Ich komme, ich komme, ich komme, Leute. Ja, Bruder, weiter weg, man ist gut. Sind die gut? Ja, Bruder, du kannst auch direkt, ich kann auch nur, du chill. Ja, nein, ich muss noch nichts bei mir. Ja, ich komme, wo ich bin, komme, wo ihr seid. Ja, weil du altruhen bist, Leute. Nein, Bruder, du kämpfst zu schnell, Bruder. Ich kämpfe zu schnell, was? Bruder, du... Ich bin nicht nur ein paar Spiele. Ich meine, fighten, Bruder, du fightest. Bruder, Hamza, genau wegen solcher Leute wie du, Bruder, macht Fortnite keinen Bock mehr. Ich glaube, hä, Bruder, aber ich kann selbst für Kämpferspiele spielen. Bruder, was für Kämpf, Bruder, ich verstecke mich, verstecke mich doch, ich bin normal. Ich gehe looten, und so erst später kämpfe ich, Bruder. Ich bin... Was laberst du? Ich sammle meinen Loot, wenn kein Gegner vor meinen Augen ist, dann kämpfe ich auch nicht. Du gehst extra, suchst nach Gegner, was ist das? Wenn wir das Spiel sonst kämpft, macht das halt ein paar Spiele. Na, Autocom, na, Autocom, na, Autocom. Hä? Tschüss, rückst du ein Bruder, hey. Du seid hier, Heimer. Tschüss. Ich weiß ein Ding, hau, ich hab's hier, Tam, ja. Hey, wer braucht Matkit? Hier ist Matkit. Okay, ich helfe dir. Okay, ich helfe dir. Hey, ich schieße mit Pump, ich schieße mit Pump. Ja, aber ich habe einen Gould, ich habe einen Gould, ich habe einen Gould. Ich habe einen Gould, Leute. Ey, der hat Gold am Waffen. Nein, Mann, Hamza, komm. War der, lasert nur. Stark, komm, heil mich, komm, lebt, lebt mich. Stark, Bruder, meine Waffen sind noch hier. Ey, oben sind Golde Waffen, nehmt das. Ich habe dir einen getötet, der Golde Waffen gab. Ey, Hamza, wozu habe ich diesen Schlüssel? Ich habe verbesserte Schrotflinte einfach jetzt. Ey, wer nimmt diese, ey, nimm mal diese blaue, Hamza, nehmt das auch, das ist so stark. Das hier, Bruder, nein, nicht das, nicht das. Das mein ich, Bruder, komm mal her. Ja, das ist so krass, dasselbe. Das meine ich, nimm das mal. Nein, nein, ich schätze. Jo, es ist ein paar Suchen, aber nicht weiß. Ich hab die nicht so, ich weiß auch, was du gemacht hast. Ja, da hat nur das Schmerzen und da hat nur das Schmerzen und da hat nur das Schmerzen. Da hat nur ein Schmerzen gebracht. Ich auch, ich auch. Scheiß, sohne kommt. Er hat das Schild für mich. Bruder, man, ich hab keinen Jump-Ed, ich will Jump-Ed, Mann. Bruder, dort ist Jump-Ed, genau markiert. Der Markierung, Bruder, seht, 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 boah, ich seht deine Markierung nicht mehr an. Geh mal schnell, Bruder. Oh, der markiert. Ah, okay. Ja, aber ich sterbe gleich, wallah, ich bin jetzt tot wegen denen. Der beste. Beste Jump-Ed-Platz. Bruder, das wegen denen, der sagt, der Jump-Ed, wallah, da war kein Jump-Ed, frag sich. Da war gar nichts, da war etwas schief, Bruder. Das war, guck mal, der sagt, ich hab die Markierung gesehen, Bruder. Bruder, schief auf Jump-Ed, du hast Schmerz. Bruder, er muss gewinnen, kaum noch zwei Leute leben noch, Junge, warum bin ich gestorben, Digger. Zwei Leute leben noch. Das ist zum 8000. Mal, dass du Jump-Ed übersiehst. Nein, Bruder. Hamza, ihr bedachtst einen Sternen, Bruder, da leben noch sehr wenige. Komm, sieh auf die Schmerz, stark, stark, stark. Bleib, 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 bleib. Noch drei Leute leben. Hamza. Hamza, ich will lebe ich den Sieg, Bruder, du stirbst nicht. Ich will lebe ich den Sieg, ja, ich sterbe nicht. Wenn du nicht stirbst, darf mir ein Glatz. Was ist das? Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Hamza, mein Bruder sagt, wenn du hübscher Sieg holst, darfst du in Haare schneiden. Entschuldigung. Boah, die Waffen sind so hart, natürlich, Bruder. Kann aber auch jetzt die Hotschaft passieren. Ey, Fika, was macht das so geil? Er hat uns vielleicht... Bruder, das ist gut, dass du schaffst, was da blöd. Bruder, ich bin da, bleib, bleib nicht stehen. Hamza, bleib nicht stehen. Der ist hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Ja, ja, da vorne, ja, da vorne, ja, da vorne, hinter dir, Bruder, hinter dir, hinten, hinten. Ja, ja, recht, 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 recht. Hinter dir, hinter dir, ja, da meine ich, da. Da sind die, die bauen da die ganze Zeit. Schieß sie, schieß sie ab, schieß sie ab, schieß sie ab. Ich hab Heike gesagt. Geht weiter, geht weiter, schieß sie ab die ganze Zeit, komm, komm. Korin siehst du ihn nicht? Bruder, sag eben, ah, mein Gott. Schieß sie, schieß sie ab, hinter dir, links, links, Bruder. Schieß sie, schieß sie ab, hinter dir, links, links, Bruder. Ich hab's auch einen Beam, Bruder. Ja, ich hab's auch einen Beam, Bruder. Der hat einen, der hat zwei Patienten, hey, hier. Ja. Die hat unsere Gies. Ja. Ich hab's auch die Gruppe, ich hab's gewonnen, bruder. Aber eure Highglown sind auch nicht so krass, denn die rutschen sie krass. Die müssen immer bauen, baut mit Metall, baut mit Metall haben sie, glaubt nicht, baut mit Metall ist besser, bevor die sich runterschießen. Ey, warte, bis Zone kommt, die werden gleich durchs System, oder? Nein, nein, Zone kommt nicht. Zone kommt gleich. Da ist ein Arm, da ist ein Arm, da ist ein Arm, hast du gesehen? Ja, ja. Ja, komm, komm, er kann nicht mehr. So, was habt ihr für eine Waffe, ja? Ey, der eine wurde geheilt. Deine wurde wieder geheilt, Hamza, du warst so dumm, der eine wurde wieder geheilt. Ja, ja, nicht mehr, nicht mehr, das ist nicht so. Nein, 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 das tut gut, das tut gut, 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 das auf. Du presst den Falsch an den Dings. Da ist keiner, da lebt keiner, da lebt keiner. Gehst du Hamza stehen, bevor er, gehst du damit, bevor er stirbt? Da baut er, ne, ja, ja, pass auf. Ja, na. Ja, na, na. Geht beide zu dem, der einer ist North-Broller, ja man, ja man. Jaa, ich habe Aufnahme gehabt, schon wieder. Ich habe einen Sägeskronen erhalten. Ich habe einen Sägeskronen erhalten.